Ich muss die Tage auch wieder aufnehmen. Ich muss ja eigentlich mal aufnehmen, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das ist, was du gerade tust. Ach so. Falls du eine große Erklärung wolltest. Das, was du gerade tust, nennt sich aufnehmen. Bei mir war es in einem Video keine Sorge, weil es kommt ab jetzt wieder regelmäßig. Ja, dann habe ich doch den eingeblendet. Ja, ja. Nein, Leute, bald. Also in den Ferien auf jeden Fall wieder. Da habe ich auch Zeit. Bis zu den Herbstferien. Ja, ich habe gesagt, ich werde so viel Voraus aufnehmen, bis ich bis zu den Herbstferien nichts mehr machen muss. Jetzt habe ich Dings gemacht, aber keine Ahnung. Oh, ich bin so lost. Mal gucken, ob du das einhalten kannst. Ich gucke mir auf an, wie ich mich hochlade, ne? Man muss ja dafür aufnehmen, ne? Damit du was zum Hochladen hast. Ja, aber wenn ich sage, ja gut, ich mache nur ein Video pro Woche, dann muss ich ja nicht viel aufnehmen, bis zu den Herbstferien. Das ist richtig. Ich gucke mir auf an, was man sich als Tier nimmt, ne? Du holst ja einen Erdblock und darauf einen Baum. Der Baum. Den Block muss ich wegmachen, habe ich getriggert. Ich glaube, wie der Regen, der Regen wieder richtig schwimmen. Ich habe jetzt meine Erde nicht mitgenommen, aber ich bin so ein Bot. Du bist mal ein NPC. Wir müssen nur mit die Kisten umbauen hier. Ich bin nicht dumm. Ne, würde ich nicht. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Halt's wohl, du Mutter! Nein, würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen. Du bist eigentlich für den Mensch, weißt du? Du bist hier schon am Aufnehmen und deine Freundin muss zocken. Ja, die wusste nicht, die wusste das, ja? Die wusste, worauf sie sich einlässt, wenn sie heute kommt. Ich sehe welches am Gewinn? Die ist nicht gerade ihre Haare am Kämpf. Ah. Naja. Ich glaube, die war ich auch eben wettfertig machen. Ich glaube, die geht gleich so langsam Richtung Falle. Boah, ich bräuchte drei Erde oder so. Ich kotze so hart im Strahl. Kann ich dir gerade holen und geben. Ah, ich habe noch alles gut. Na ja, da habe ich zufällig dabei. Wolltest du eh die Libre-Geliebe anschauen. Ja, warte. So. Oh, hast du das Spül mit Laternen? Gefällt mir. Gefällt mir. Gott freut mich. Die Kiste ist hier ein bisschen doof passiert, ne? Welche? Wo? Die am Beet, muss ich sagen. Also die da. Also die geht ja noch, aber na ja. Ja, ich hatte ja damals eigentlich nur provisorisch dahingestellt. Damit ich überhaupt erst mal irgendwo ist, könnte man theoretisch noch umändern. Ja. Was wollte ich machen? Muss noch ein bisschen Holz rumgehen, weil das sehe ich nur einen einzelnen Holzstamm noch dabei. Aber es triggert mich. Der Regen könnte mal wieder aufhören, ne? Ja, das würde ich ja eh schlafen gehen, dann geht er eh weg. Ah, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach mal die Cheese aktivieren und dann den Regen wegcheaten. Ich hatte nichts Besonderes mit der Brücke, aber ich hoffe, das ist einigermaßen okay. Also auf jeden Fall ist das gar nichts, ne? Ja. Muss mal gemacht werden hier. Verstand. So, dann gehe ich gleich noch mal zu den kleinen Villagern drüber. Stimmt, ich könnte den auch ein bisschen traden gehen, dann könnte ich dir auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte... ...weine wieder Stöcke fürs Maragd haben will oder sowas. Naja, als Programme gucke ich, dass ich jetzt hier alles eingesammelt bekomme. Ja. Können wir bald mal Richtung Feuerliese-Tränke gehen, dann könnten wir mal ein bisschen in den Neta gehen, dann könnten wir mal ein bisschen, äh... Ähm... ...bisschen mehr dir erst dann, äh, wirklich, ob ich der Rüstung machen wills. Ja, oder wir erzählen uns, hat die Rüstung. Ich habe jetzt ein Gramm-Pavillager. Oder so. Ich habe die beiden sind Bresen mittlerweile erwachsen geworden. Ja, wahrscheinlich nicht, weil wir hier in der Range waren. Ja, wie soll. Gut, Tag, Wirtschaft. Wo sind die denn? Ah, da hinten. Seid ihr hier schön am Horn? Haa. Haa? Haa. Hihihiha. Hihihiha. Ja, die sind immer noch klein. Hihihiha. Hallo. Moin. Servus. Moin. Zack. Ich habe mein Brot vergessen, ich trotte. Äh... Scheiße. Äh, was mich richtig aufgeregt hat, ist halt, ich habe an einer Stelle, äh, dicke Anna eingefügt, ne? Darauf ist einfach Copyright. Belastend. Machen wir mal das schöne Birkenholz ab, hier Birkenboote. Äh. Du feinstes Holz darf mein königlichen Hintern haben, äh, gerührt. Ja, was the fuck? Und Birken zählt da definitiv nicht zu. Äh. Los. Es ist ja genau so, als wirst du einfach alles nehmen, was du bekommst. Voll, tust du ja auch. Ich bin Single, also. Ich hab mein Spaß im Leben. Alles, was du bekommst. Ich wollte sagen, ich hab mein Spaß im Leben. Ich hab auch Spaß. Ja, aber, wenn dir was irgendwann angeweiligt ist, was... Nee, das wird sich langweilig. Was heißt, Baby will schon nicht mehr in ein Boot passen? Wir haben ihn doch sonst auch immer mit dem Boot rausgeholt. Nee, mit dem Minecraft, aber die wollen ich ins Boot. Ach ja, aber eigentlich ist es doch egal, oder nicht? Die müssen erwachsen sind. Aber es ist nicht eigentlich egal, Knie, es gibt aber auch einfach rein. Es ist einfach einfach nicht in mein Boot rein. Ah, hä, jetzt schon? Nein, dein Boot. In dein Boot würde ich auch nicht einsteigen, das kann ich so verstehen dann. Ich will ja mal ein richtigen Boot, richtigen Hasen zeigen, okay, was. Du hast aber niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Krass. So, wieder den Farmer raufgelassen. Ach Gott, ich bin da sehr gut drin. Musst du aber auch einblenden. Mach das immer. Halte mich dran. Okay. Äh, Werkzeugschmied. Was war ein Werkzeugschmied? Das war... War das... Schmiedetisch? Oder war Schmiedetisch Waffenschmied? Nee, das war Schreibsteine. Das war Schmiedetisch. Deine Schmiedetisch ist wahrscheinlich Werkzeugschmied, oder? Nee, das ist dann wahrscheinlich Werkzeugschmied. Äh, Werkzeugschmied. Ja, doch, passt. Nee, Schmiede. Ich hab keine Ahnung, du machst das schon. Du darfst das schon. Ich krieg das schon nimm. Egal, wir brauchen eh den Beruf. Er ist ja eh noch klein. Wie was anderes. Ich glaub, wer wäre der Große, nimm doch den Beruf an. So, Brie. Willst du mal ein Boot rein? Machst du Faxen oder machst du keine Faxen? Ah, du machst keine Faxen. Aber, Junge. Ja, musst du kurz was meiner Freundin zeigen. Muss ich auf jeden Fall dann rauskacken. War da richtig, was ich dir zeigen musste. Was denn? Hä? Äh, was? Was ist passiert? Oh, die Pfeiltür ist falsch eingebaut. Ich trotte. Was kannst du eigentlich? Unfähig. Uuh. Ähm, Villager, möchtest du vielleicht bitte in das Boot rein? Nö. Aha, geschafft. Da, ein bisschen Kartoffeln und sowas ernten. Kommst du nicht mehr raus, ne? Ich wusste es. Ich fand das Boot hier einsammeln. Oh mein Gott. Ah, guck, der eine ist schon erwachsen geworden. Nice. Jetzt haben wir hier einen Werkzeugschmied. Was haben wir hier nochmal? Einen Waffenschmied, okay. Was hast du für Angebote? Ja, aber du bist... Äh, doch, du bist anders. Ich muss vielleicht auch noch mal auf den Stand bringen, was er jetzt weh war. Bei den ganzen Leuten da. Äh, da vorne ist die Kiste. Mit denen davon tue ich mal die Karotten. Ein bisschen weiten. Ach, das ist dir jetzt nicht sein Ernst, ne? Geh weg. Ja, bist du... Ist eine schöne Ecke geworden hier, also mit der Brücke. Danke. Hast du toll gemacht. Hätte es in Ordnung verdient. Danke. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Opo, komm doch jetzt. Hast du ihn? Was habe ich jetzt gemacht, Alter? Warum ist das immer so teuer geworden, der Hurensohn? Hast du ihn geschlagen? Nein. Ach, da vorne ist er noch ein Feld. Danke, ich bin das. Der Hurensohn. Der Hurensohn. Der Hurensohn. Der Hurensohn. Ganz wichtig. Ich konnte die Hurensohn vergessen. So, ja. Wie auch Kohle zufälligerweise. Nö, wenn wir nicht. Dann mache ich einmal ganz kurz den hier. Ah, wir wissen Kohlefarm. Kannst du gerade dreimal raten, wer dein Video guckt. Welches Video? Ja, ein Video von dir. Mein Fan? Ja, ja, dein größter Fan. Mehrer. Würde ja auch, aber. Wir haben sogar noch echt viel Holz hier drin in der Kiste. Du kannst auch nicht traden. Ja, ich, komm mal rüber. Komm mal rüber. Ich habe mich hier gerade um die ganzen Felder und sowas gekümmert. Deswegen. Sehr gut. Bist du noch da? Beim Haut, ja. Was brauchst du? Kannst du ein paar Knochen mitnehmen? Knochen oder Knochenmehl? Ja, entweder oder. Was brauchst du denn? Ja, ich brauche halt Knochenmehl, aber ich habe ja auch noch so viel Knochen. Und deswegen. Also, wir sind hier Knochenmehl, die haben. Ein Stack noch. Ein Stack Knochenmehl ist noch da. Reicht das hier oder Brustenmehl? Äh... Reicht das mal. Okay. Oder hättest du nämlich dann noch die Knochen geholt? Kann man dir helfen? Mein Gott. Geh doch mal aus dem Weg, du Dreckslorn, Alter. Deine Scheißmütze. Das ist die Träger, obwohl ich mal wäre da raus. Kann man eigentlich auch Zuckerrohle in den Komposter packen? Ah, nur. Kann ich ja gleich mal ausprobieren, wenn ich wieder zurück bin. Ja, kann man sogar. Sehr gut, dass man das kann. Dann haben wir nämlich auch schon verwenden für das ganze Scroll, was wir bei uns lagern. So, Bro, was hast du denn? Ah, Stöcke fürs Maragd. Genau. Ah, 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 ah. Was denn? Ja, ich guckst du in die Kiste und sehe das ganze Holz so, ah. Ja, ich hab noch was gefahren, glaube ich, gehabt. Vorher wir aufgetan, wird es mal. Ist das fertig? Ich glaube nicht. So. Äh, kannst du mir das Knochen mir mal geben? Ja, gebe ich dir jetzt sofort. So. Danke. Bitte für ihn. Äh, ähm, so, wie war es? Du bist jetzt leer, ne? Ja. Vorkas, ich kann mir einfach schlafen gehen. Ja. Ich bin jetzt schon oben. Ah ja, ich komme, ich komme. Hättest du das rausgekommen musst, oder wie? Wie raus? Ja, raus, raus, also halt. Nee, aber trotzdem. Ich hab' keine Fische. Ich hab' mich ja eigentlich gesagt, wäre ja egal. Aber was konnte man nochmal mit dem Phantom-Membran machen? Kann ja Phantome hier. Kann man da auch irgendwas machen, oder nicht? Boah, du fragst mich Sachen. Was hat man letztens noch mal gesagt? Ich hab' es mein Group Pro, oder nicht? Wann hab' ich das gesagt? Was hat sich mal gesagt, bevor wir angefangen haben? Ja. Aber vielleicht war's ironisch. Weit man nicht, ne? Das ist keine Beweise. Der eine Brie arbeitet nicht, ne? Achso, der hat doch gar nichts. Der ist, äh, er war ja noch klein eben gerade. Pack da meinen Lesepult rein. Ein Lesepult. Hab' der ist noch in der Kiste. Äh, Lesepult. Aber, ja, warte, ich komme gleich. Muss nämlich schon, dass er das ist wichtig hat. Also, der hat jetzt Lesepult. Äh, der ist Bib... Ja, das ist richtig. Bibliotheker. Das ist nett für Bücher. Hab' Äh, der hat noch keine Bücher. Der bietet jetzt vier Zeug Papier für ein Sparant und zu neun Sparant für ein Bücherregal. Warte, ich komme gleich. Ist nämlich nicht genau, nämlich das ist das Falsche. Der B ist falsch. Ja. Die machen gerade Diebe. Vielleicht klappt das ja nochmal mit dem Kind. Vielleicht, vielleicht. Wir müssen nämlich noch mal älter werden. Ne, schade, klappt nicht. Oh? Nichts? Ne. Was ist denn da oben drin? Warum sind da Boote oben in der Kiste? So. Wo ist der Brie? Äh, hier, äh, hier, da, genau, der da. Hat das eigentlich den Grund, dass die alle kein Bett mehr haben? Ja, hat es. Soll auch so sein. Okay. Warum? Dürfen die nicht mal schlafen gehen? Weil das dann so, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ah, okay. Ah, okay. Ah, ha, ha, ha. Habe ich ja noch bei der Bankzweifel gegeben. Der Brie macht jetzt schlechte Angebote, ne? Aber ich mache jetzt, wenn er jetzt erstmal den Buch, ah, jetzt will er den Buch hier annehmen. Boah, Flammebuch ist schon geil, aber nee, das mal. Ich will schon ein chilliges Buch. Entladung, verpiss dich. Ja. 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 Vielen Dank.